Herzlich Willkommen bei meinem Malvideo. Heute möchte ich mit euch ein Aquarell malen. Und zwar will ich ein wenig Schnee auf einem Ast darstellen und einen kleinen Vogel in Szene setzen. Für dieses kleine Aquarell, das ich auf einer Hahnemühle The Collection gemalt habe, zeichne ich mir mal Umrisse eines kleinen Vogels vor. Und zwar mit den Greta Color Grafittstiften, die sich etwas verfärben, wenn sie nass werden. Das sind Aquarellstifte, die eignen sich sehr gut für Aquarell, weil sie dann sozusagen fast vom Strich verschwinden und sich in der Farbe auflösen und schön einfügen. Ihr seht hier meine kleine Skizze, ein Vogel, der auf einem Ast sitzt und ganz wichtig, auf dem Ast befindet sich Schnee. Schnee zu malen ist nicht leicht, aber ich werde euch das zeigen an diesem Beispiel, dass man es hier sehr gut umsetzen kann. Den Himmel halte ich relativ hell. Nun beginne ich mit einem Rundpinsel, das Papier einmal leicht zu befeuchten. Zuerst mal rund um den kleinen Vogel und dann auch ein wenig in den Vogel hinein. Aber wirklich vorsichtig und ihr seht, der Grafittstift verwischt sich auch schon etwas, aber man sieht noch immer die Konturen sehr gut. Nun mische ich mir etwas Farbe. Zur Farbe, wir brauchen heute Kinagriton Goldton, etwas Siena gebrannt, dann ein bisschen Blau, also Indigo, Bergblau und etwas Perylengrün, aber nur ganz, ganz wenig. Hier habe ich das Kinagriton mit etwas Siena gebrannt gemischt und lege die ersten Flächen ganz schwungvoll und zügig an. Nun beginne ich den Vogel mit einigen Dunkelheiten noch besser hervorzuheben. Hier an dieser Stelle müsst ihr aufpassen, ich lasse diesen kleinen Fuß da richtig weiß, spare ich den aus. Das ist dann immer ein interessantes Detail, einen Fuß mache ich dunkel, einen Fuß mache ich hell. Das sind kleine Feinheiten, die aber das Aquarell am Schluss richtig lebendig machen und vor allem interessant. Es soll ja kein Foto sein, es soll ein Aquarell sein, es soll duftig sein, aber genau das ist oft die Schwierigkeit. Ich will es nicht naturalistisch nachmalen, den Vogel, sondern wirklich ein duftiges Szenario erstellen. Hier verwende ich schon jetzt einen dünneren Pinsel von da Vinci, den Cosmo Top. Ganz wichtig hier das Auge, auch hier ist auf der Seite eine weiße Fläche, die müsst ihr dann auch aussparen. Dadurch, dass das Papier stellenweise befeuchtet wurde, verringt die Farbe so schön und das ist zusätzlich ein ganz netter Effekt. Jetzt male ich gleich noch in die feuchte Farbe mit noch mehr Dunkelheit und versuche hier die dunklen Stellen auszuarbeiten. Auch hier wichtig, es ist noch feucht und daher verringt es ganz gut. Das heißt, beim Aquarell sollte man trotzdem auch zügig arbeiten. Man muss natürlich genau wissen, wann darf ich noch in die Farbe hineinfahren und wann nicht, wann ist es schon zu viel. Dieses Gefühl bekommt man mit viel Übung irgendwann dann automatisch heraus. Ich sage immer, Aquarellieren ist ein Spiel mit Wasser und Farbe. Je spielerisch man an die Sache rangeht, desto lockerer werden die Aquarelle. Aber ich glaube, genau das Spiel ist die Schwierigkeit beim Aquarellieren. So, und jetzt kommt der Schnee, wo ich gesagt habe, der ist nicht einfach. Ich male jetzt nicht den Schnee, sondern ich male vor allem einmal den Hintergrund, damit ich den Kontrast habe zum weißen Schnee. Und am Schluss wird vielleicht dann noch ein bisschen koloriert und der Schatten des Schnees definiert. Beim Hintergrund bin ich diesmal sehr, sehr verhalten. Es ist kein blitzblauer Ton, sondern eher so ein schmutziges Blaugrau, das ich mir mit Indigo etwas Van Dyck braune, aber wirklich ganz, ganz wenig. Ihr müsst euch die Farbe vorher richtig gut anmischen, damit sie nicht zu dunkel wird. Mit viel Wasser mache ich das. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Schnee. Der bekommt jetzt dort, wo er am Ast liegt, noch einen kleinen Schatten, damit er etwas dreidimensionaler wirkt. Und dann ist das Bild eigentlich auch schon fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen. Ihr könnt euch als Vorlage irgendein Foto nehmen. Es ist schon wichtig, dass man den Vogel so vor sich hat, um zu wissen, wo die Schatten sind, wo das Auge ist. Vielleicht vorher ein paar Skizzen auf einem Papier machen. Das ist auch immer wieder gut, damit man weiß, wie lang der Schnabel ist. Es schaut sehr einfach aus, aber er muss auch dann richtig gut werden. Und da ist die Zeichnung ganz besonders wichtig. Jetzt arbeite ich noch bei den Augen ein paar Details mit sehr dunkler Farbe in Van Dyck braun aus. Das mache ich dann, wenn alles schon fast trocken ist. Jetzt reiße ich die Klebstreifen runter. Und man sieht, es ist wirklich ein ganz nettes Bild geworden. Ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr Materialien braucht, in unserem Online-Shop gibt es die benötigten Materialien dazu. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an info-at-la-belot.at und wir helfen euch gerne weiter. Ja, natürlich über ein Like oder einen Nacken.